Hallo meine Leute, hier ist Dr. Crazy und heute spielen wir mal wieder QSGW immer Hui Okay Hui Nein, nein, böse Böse, böse Ich krieg immer so an, also Sachen, die man anziehen kann So, endlich ein Schwert Okay Gut So, die Beine haben wir mal getötet, ist auch gut so So groß Und hier so Leider hab ich keinen Schwert Ähm, was laber ich denn vom Scheiß Bogen Jetzt könnte ich von oben immer snipen Nein, leider kein Bogen Egal Das ist so schlimm Uh, hier ist ein Bogen, ja Das ist mal geil Ähm Wo ist hier Und so 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 ist es Und Unschwecker wäre auch geil Unschwecker wäre auch geil Unschwecker wäre auch geil Ja, der ist tot wahrscheinlich jetzt Was gg die man bemerkt dass wir gewonnen haben okay gg 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 anderson okay wir sind wieder da wieder mit dem rally ich glaube so sprechen wir uns aus heute war so ein mensch bei uns nicht so unseren kollegen die besitzen die mits gestört ist das ist jetzt wir waren nur ich und er war nur am ausmacht er wie der er wieder Nein, I will fight for you till I die Oh, hast du kein Schwertes Schwertes? Digga, der ist aber mir vor die Fresse weggeflogen Ich will seine Arme Kling tötig ihn, sonst würde ich ihn nicht betagen Ja, ja, ja Okay, fush up Wie Nooo, man Egal Du denkst, man sieht dich nicht Nein Du bist so schmied Ja, er hat mich Shit Äh, was ist das? Oh, verdammt Ich bin jetzt gerade direkt Ähm Wieder ein kleiner Cut Wir sehen uns gleich Wieder bei einer Runde SG So, jetzt gehts wieder weiter mit der Map Highrise Hui, schon noch einmal für diesen kleinen Ausraster Ja, hoch und schön der Halt Die Nerven Oh, ich hab ihn doch noch gequered Uh... leider keinen okay mir reicht's ich will jetzt nicht meinen Tisch noch zerstören die Bandits mal diese Folge mit diesen Ski ist ich habe ich hoffe es hat euch gefallen leisten bleibt um Abo wie ihr möchtet es wäre was das war weiter für eine Scheiße haut da rein wenn ich jetzt